Also erstmal willkommen zu einem neuen Video. Lasst ein Like oder ein Abo da, wenn es euch gefällt. Wollen wir EU-Stein, Leute? Wollen wir EU-Stein? Ja oder nein? Warte, ich mach Abstimmung. Bis jetzt gewinnt gerade YouTuber-Insel. Danke für die 5 Euro! Ja, ich bin jetzt reich! See you, ist online. Ich hab ihn lange nicht gesehen, lass ihn erstrecken. Äh, mein! Wo? Ey, ich weiß, wer ist. Wo ist er? Leute! Äh, äh, er sieht mich nicht. Snoopy, Snoopy! Hast du, ich hab Angst vor dir? Wer bist du? Welche bin, willst du wissen? Ja! Hast du, ich hab Angst vor dir? Wer bist du? Ja! Was machst du hier? Was machst du in der Nähe von dem Zoo von S zu dem Juni? Uuuuh, die kleine Kuh! Die macht Muuuuh! Oh, ich sehe. Du bist ein begabter Freestyler. Ja! Ich bin Freestyle. Musiker, bist du Rapper? Ich bin Freestyle. Snoopy! Guck mich an! Und wieso siehst du jetzt so anders aus? Weil ich jetzt... Ja, jetzt ein reicher bin. Bloß mit Jogginganzug. Ja! Ja! Mit Jogginganzug? Ja! Äh... Das macht für mich keinen Sinn. Ich hab Adidas... Das macht für mich keinen Sinn! Ich hab Adidas und Knight gemischt. Hast du mich gerade ausgelacht? Äh... Nein! Ich doch nicht! Snoopy, ich hab schon einiges von dir gehört. Ich hab schon gehört, dass du hier... das ein oder andere Mal... mit Trouble gesorgt hast. Äh... Nee, ich doch nicht. Nee. Ja, wenn das so ist, dann glaub ich dir. Gut, ich muss jetzt weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Kürbiskopf. Ich muss meinen Kürbisbrüdern. Oh! Da fliegt er weg. Tschüss! Ey, Snoopy! Hallo? Da ist irgend so ein Kürbistyp an mir vorbeigeflogen. Wer ist das? Weiß ich nicht. Candy hat das Spiel betreten. Oh, oh. Candy ist da. Sollen wir jetzt zu Candy? Ja, locker. Nimm mal dein Boot. Das hier ist mein großes Boot. Hä? War hier grad Candy? Ja, ich bin... Wo bist du? Hä, hallo? Ja? Hä, hallo? Wir sind so ein Kürbistyp unterwegs die ganze Zeit. Der macht dir irgendwie Angst. Was? Der verursacht dir Angst und Schrecken. Hier, Paulberger Hils. Ja. Oh, oh. Kommt mal mit. Ja. Hä? Hallo, was ist jetzt passiert? Was ist passiert? Wüstisch. Ey. Wir können nicht fliegen. Hä? Hä? Hä, bist du? Lecker Schmecker, Klein und Rumpf. Nein. Ist schnell in meinem Mund. Was? Du hast Ju gegessen? Was? Das gibt einen Gerichtsprozess. Das gibt einen Gerichtsprozess. Ja, rein da. So. Nein, hab ich nicht. Komm, rein hier. Mr. Kürbis, rein mit dir. Ich will nicht neben ihm sitzen. Nein. Du musst neben ihm sitzen. Rüber. Nein, nein. Mach ich nicht. Rüber, Snoopy. Oh. Oh, Mr. Kürbis. Sie sind hier beschuldigt an einer Straftat. Ich bin der Richter Ken. Ruhe im Saal. Oh, oh. Ich glaube, wir haben die Blusen gemacht. Ey, Kleiner, gib mir mal die Peitsche. Ich glaube, ich muss Kenia auspeitschen. Was? Hier, die Peitsche. Oh, oh. Nein, du droppst sie mir jetzt. Ja, hier. Oh, oh. Ich glaube, du machst ihn wütend, Snoopy. Ich habe damit nichts zu tun, wenn er dich jetzt erledigt. Okay, okay, hier, hier, hier. Hier, hier, nimm sie. Ich habe damit nichts zu tun. Wer ist das denn mit dem Kürbis? Hä? Oh, oh, oh. Oh, oh. Mr. Umdrehen. Oh, oh. Okay. Nein, Candy. Hey, Ar, lass meine Hände los. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Nein. Ich kann mich nicht bewegen, Mr. Befreie ihn jetzt. Was habe ich hier gemacht? Das kann ich nicht. Ich kann mich nicht mehr aufgucken. Ich werde bald wiederkommen. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Hä? Oh, oh. Nein. Gib mir meine Peitsche wieder. Ey, Snoopy. Was hat's Yu gemacht? Ich kann mich nicht bewegen. Ey, er läuft weg. Och, Candy. Ich helfe dir. Ich hab die Peitsche. Ja. Oh. Nee, ich kann mich immer noch nicht bewegen. Was hat der Kürbismann gemacht? Ja, die Peitsche. Die kannst du enthören. Uff, Siu. Siu muss mich retten. Siu. Siu, bitte. Er kann sich nicht befreien. Ich kann mich nicht bewegen, Siu. Wieso? Ich muss meine Hände lösen. Ich muss meine Hände lösen, Siu. Ist das etwa der Fluch von ihm? Ich glaub schon. Du hast ein Fluchmerkmal auf deinem Kopf. Du musst das Zauberwort sagen. Ah, Ramsamsam, ah, Ramsamsam, guli guli guli. Oh, es geht. Es hat geklappt, Siu. Du hast mich gerettet. Mirals. Okay, danke, Siu. Alter, warte mal, wo warst du, Siu? Der Mann hat gesagt, der hat dich verschlungen. Hä? Der hat gesagt, der hat dich aufgegessen. Nein, ich hab ihn gesucht. Habt ihr gesehen? Kürbis Larry war das. Kürbis Larry. Du meinst Kürbiskopf Larry? Ist das dein Name? Wirtschaftswahl um 10 Uhr. Präsident. Oder? Ja. Ich hab immer um 11. Um 11 machen wir das eigentlich. Nein, 10. Ja, dann machen wir um 11. Wir wollen ja nicht schummeln. Wenn wir das nicht um 11 machen, dann wird jeder sagen, ey, das zählt nicht. Genau. Wählt mich, okay? Ich geb euch alle eine Karotte. Ja, für dich. Wow, das ist ein Wahlprogramm, das jeder in dieser Stadt eine Karotte bekommt. Ehre, danke dir. Candy, nimm dir ein Beispiel dran. Ja, ist so, Candy. Snoopy, warte mal hier kurz. Ja, Siu, komm mal ganz kurz. Ja. Irgendwie wirkt Snoopy total böse seit ein paar Stunden, so seitdem ich den das letzte Mal gesehen hab. Guck mal, seine Ausrüstung. Meinst du, es hat was mit den Netherite gehabt? Leute, warum bin ich denn böse? Ich zieh die jetzt aus. Äh, eine Netherite-Rüstung. Boah, der hat Netherite her. Die Netherite-Gards werden wiederbelebt. Hä, er hat doch gar keine Nets. Du, geht's dir gut? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch unter diesem Bann von diesem Kürbiskopf. Oh, was geht's? Ey, was geht's? Ja. Keine Ahnung, was du meinst. Er sieht auch bei mir ganz anders aus als sonst. Wie? Wie ganz anders. Er hat bei mir ein langes Rüstung aus. Hä, du hast ja Nike-Klamotten an. Ah, und Adidas. Oha. Ich würd' euch auch gern mal ein neues Outfit von mir zeigen. Hä, ich glaub, ich seh wirklich Sachen, die ich eigentlich nicht sehen sollte. Hä? Bei mir hat er grüne Augen. Hä? Langes, blondes Haar. Was? Was? Ich weiß, wie er bei dir aussieht. Ja, wir nicht. Ey. Warum siehst du ihn denn so? Ich weiß es nicht. So wird er aussehen, wenn er erwachsen ist? Ey. So sieht Snoopy aus, wenn er erwachsen ist, Leute. Nein, das stimmt doch nicht. Du kannst in die Zukunft gucken. Ich werd' mein Skin kurz mal ändern, ja? Warte mal ganz kurz. Hallo, du darfst da nicht rein. Das ist Privatsphäre. Das ist Privatsphäre. Ah. Okay, ich hab' nichts gesehen. Hey, nicht reingucken. Hey, du doch auch nicht. Ah, okay, okay. Okay, er zieht sich wirklich gerade um. Das will ich gar nicht sehen. So, Leute. Ich werde die Tür öffnen. Seid ihr bereit? Ja. Ihr seid bereit? Und hier ist der CEO, der Besitzer von der Candy Bau GmbH. Oh, äh. Oh, äh. Baustell. Äh. Ja, ja, Leute. Äh. Äh. Kannst du auch mal kurz deine Ausrüstung rausziehen? Nur deine Ausrüstung, nicht deine Klamotten. Sehr gut. Äh, ihr passt gut zusammen. Hä? Warum? Warum? Warte mal, hab ich jetzt auch bei dir so'n Skin? Ihr passt echt gut zusammen. See you. Was, wie seh, was für ne Haarfarbe hab' ich? Frauen. Äh. Hä? Du? Komm mal neu auf den Server. Will ich? Ja. Ey. Steve. Nein. Ich bin nicht Alexa. Ich bin kein Mädchen. Ich bin kein Mädchen. Steve und Alexa sitzen auf dem Baum. Ey. Ey. Ey Snoopy. Boah. Lass dich schnell einbauen, einbauen, einbauen. Oh. Böbel in Minecraft. Oh. Hallo. Ich seh nix. Geil. Was? Ey. Sio ist verpackt. Ey, jetzt seid ihr, was? Jetzt seid ihr Brüder auf einmal. Hä? Er ist der kleine Bruder, ich bin der große. Ne, du bist der kleine Bruder. Ey, das stimmt gar nicht. Ey, klar. Nein. Wisst du, wie so das alles passiert ist? Wegen diesen Böbeln da hinten. Meinst du? Ich glaub, da kommt die böse Quelle her. Ich muss jetzt grad zum Möbelladen einmal. Oh. Seitdem diese Möbel hier sind. Oh, oh, Leute. Haben wir nur noch Probleme. Ich seh hier. Steve, Stevie. Was geht? Ey, ich muss dir was zeigen. Was? Ah. Eine gefärbte Lederrüstung? Das ist immer Leder. Wow, cool. Wow. Ja. Kannst du mir die mal zeigen? Gib mir die mal. Ich will die Verzauberung sehen. Gib mir die mal. Ja. Warte. Hier, gib mir die echt mal. Ich will die echt kurz verzaubern gehen. Von wem war die denn? Die ist von mir. Die hab ich gefarmt. Hast du nicht. Gib mir die mal. Doch. Gib mir einen Teil. Ich will nur den Namen sehen. Wenn das unbenannt ist, dann lügst du nicht. Ne, Hose hat keiner umgenannt. Nur Brust haben alle umgenannt. Nein, eine Brust kriegst du nicht. Ich kill dich dann. Ja, dann Schuhe. Schuhe von Stani heißt Stani GHG Schuhe. Gib mir die. Gib ich. Ich kill dich. Tschau, Snoopy. Gib mir die. Danke. Candy. Danke, dass du für mich farmen warst. Tschau. Okay, okay. Du kommst gar nicht an mich ran. Wir sind beide gleich schnell. Hä? Ich bin fast down. Ja, gib mir die Sachen wieder. Snoopy, ich bin fast down. Okay, du kriegst es wieder. Du kriegst es wieder. Du machst meine Sachen kaputt, Mann. Nein. Ich bin fast down, Snoopy. Bitte. Snoopy, tu mir das nicht an. Gib mir die Sachen wieder. Aua. Äh? What? Das ist ja cool. Da ist ja ein Boot. Ah! Schau! Ah! Raus aus dem Boot! Geh raus! Gib mir die Sachen wieder. Oder du stirbst. Ich habe die. Ich sterbe. Du kannst mich auf dem Boot nicht schlagen. Aber wenn du aussteigst? Wir fahren jetzt für immer Boot. Aha. Okay. Ich warte dann. Okay, mein Chat entscheidet. Leute, sollen wir Snoopy Netherite wiedergeben? Das ist zu viel für ihn, Leute. Ich zeige dich dann an. Weil er verliert das eh wieder. Ich zeige dich dann an. Dann musst du 100 dir als Strafe bezahlen oder so. Ich gebe dir das wieder, Snoopy. Wir gehen jetzt auf meine Yacht. Auf deine Yacht. Okay. So, ich gebe dir mein Netherite wieder. Dein Netherite? Das ist mein Netherite. So. Ah? Also, warte. Ich muss kurz Video starten. Hey, Leute. Jetzt wird es richtig gefährlich. Ich schenke meinem kleinen Bruder, nämlich Netherite. Das habe ich richtig lange gefarmt. Einmal hier die Schuhe. Bitte sehr. Meine Schuhe, ja. Vor allen Dingen, Leute, schenke ich ihm sogar auch noch eine Hose komplett. Weil ich sage euch ehrlich, ich brauche das nicht. Er braucht das, weil er nicht so stark ist wie ich. Das ist meine Rüstung. Ich würde ihn sogar mit meiner Kettrüstung kaputt machen. Okay, dann komm. Dann komm, dann komm. Okay. Dann mache ich mit Eisenrüstung. Was für ein Schwert hast du? Ich habe eine Spitzhacke. Wo könnten wir denn mal kämpfen? Gibt es irgendwo eine Arena oder so? Hier. Haben wir hier ein Bett? Ja, hier ist ein Bett. Dann komm mit. Wenn du stirbst, hast du es ja, dann... Ich brauche eine Ender-Chess. Ich brauche eine Ender-Chess. Dann gehen wir zum Stani. Ja, was willst du von der... Oder auf der Skybase. Wir gehen auf die Skybase. Ist das Nether wieder da? Es lukt wieder immer noch nicht. Welches Nether? Nee, ist noch nicht da. Ist es nicht? Oh, Mann. Stani ist dabei doch. Sein Skill bleibt immer Standard. Leute, ist es laut? Ey, Snoopy ist voll laut. Ey, ich bin gar nicht laut. Okay, Snoopy. Wer kann lauter schreien, bis die Nachbarn kommen? Okay. Immer lauter. Ich fange an. Okay. Ah. 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 Oh mein Gott. Okay. Okay. Danke für die 2 Euro. Jetzt bedanken. Nur noch schreien. Okay. Wenn jemand was spendet oder Mitgliedschaft, nur noch schreien. Ja, nur noch schreien. Das muss ich noch verbessern. Man muss den anderen immer erschrecken. Ja. Der Chat entscheidet, wer gewonnen hat beim Schrei-Duell. Was ist das denn hier? Das sieht gut aus. Snoopy. Ich muss noch verbessern gucken. Ich werde das abreißen. Nein, nein. Guck mal, wie viele... Jetzt Creeper kommen, ne? Ey, dauert ein bisschen. Du musst ungefähr fünf Minuten warten dann. Ja, na, na, na. Komm, die ersten. Komm her. Oha. Ein Creeper schon. Richtig gut. Ja, ich muss noch eine Etage bauen, aber ich habe gar nichts mehr. Ich habe alles verballert. Richtig gut. Hast du meine Sachen benutzt, sei ehrlich. Ja, habe ich. Habe ich doch auch geschrieben. Okay, okay, okay. Ja, ich wollte dir noch was geben, aber das kommt erst zum Schluss. Hast du meine Sachen benutzt? Äh, nein. Eins gegen eins. Okay. Ganz einfach. Okay, komm. Eins gegen eins. Okay, ich mache nur mit Schaufel, weil du schlecht bist. Bitch, meine Chef, danke für einen Euro. Ah! Dragon League 95 MP willkommen als du bist Mitglied. Alter, habe ich mich erschrocken, Mann. Ah, sorry, sorry, Snoopy, sorry. So, es geht jetzt los, Snoopy, es geht los. Ah, komm her. Drei, zwei, eins. Let's go. Was, ey? Ey, ey, ey. Was ist die da? Weg, Snoopy. Er zieht netherrides ab. Ah, Mama. Mama. Ah. Rufe deine Mama. Rufe deine Mama, Snoopy. Ich mache dich platt. Nein. Haha, Snoopy, was ist denn hier jetzt? Ich dachte, du bist stärker als ich. Ich habe Angst. Wir machen eins gegen eins. Und so weiter du wegläufst, dann stehle ich jetzt deine Sachen wieder an. Ah, okay, aber. Ich muss aber sagen, das war nicht so schwer, dich zu erledigen. Ja, wenn du auch mit verzauberten goldenen Apfel kommst oder so. Also, Leute, eins gegen eins, ging Snoopy easy gewonnen. Sag ich euch ehrlich, er ist weggelaufen, hat seine Mama gerufen. Okay. Okay, Snoopy. Wie peinlich, ja. Du wirst jetzt nochmal deine Mama rufen. Nein, glaube ich nicht. Meine Sachen sind doppelt so stark wie deine. Drei. Drei. Zwei. Eins. Eins. Bau. Ey, auf. Mama. Mama. Mama, bitte. Mama. Goldene Apfel. Ah, ich fühle die Kraft. Ich fühle die Kraft in mir. Bau. Ah. Mama. Oh, Mama. Ah. Hallo. Lenny Reinhold, danke für 2,49. Drei. Zwei. Eins. Los. Ey, Lava? Okay, ich nehme Wasser einmal. Okay, easy. Oh, Mann, Snoopy. Mann. Du lernst nicht draus. Mann, kämpf mich gegen Candy. G, H, G. Ja, dein Feuer hier. Bam, bam. Oh, oh, ich bin fast down. Nein. Hör auf mit dem Lava. Gleich gehen deine Sachen da drin kaputt. Ah, Mama. Mama, bitte. Nein. Okay, es ist wieder soweit. Ich werde Snoopy da herlaufen. Beach, Buggie, Chef. Danke für 2 Euro. Okay. Okay, Snoopy. Das ist ein. Gibst du auf? Nein, ich gebe nicht auf. Oh, ich bin fast down. Hä? Ich habe nur noch ein Herz. Hä? Hey, Mama. Let's go. Komm in die Arena. Komm in die Arena. Komm in die... Noch nicht. Ohne rauslaufen. Ja, ich habe kein Herz mehr. Mitte. Wieso hast du so gut... Das ist ein gutes Schwert, Mann. Das ist Stani, G, H, G, O, B Schwert. Tschüss. Ich brauche besseres Schwert, Leute. Geh weg hier. Oh. Oh. Snoopy. Weg hier. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich habe aufgegeben. Du darfst nicht mehr schlagen. Ich habe doch aufgegeben. Ja. Soll ich einen Snoopy-Song machen? Ja. Dass du heftigst bist mit Gucci und so. Oh ja, Gucci, Gucci, Balalolo. Soll ich dir so Capital Bra so einen Song machen? Ja. Ich schreibe mir das eben auf. Ich mache dir so einen Song. Ich brauche aber ein paar Infos über dich dann noch. Also, du bist 13, richtig? Ja. Und wie lange spielst du schon Minecraft? Fünf Jahre. Und Gucci Boy. Water MLG. Aus 1000 Metern. Hey, ich habe gerade 100 Euro gespendet bekommen. Danke für 100 Euro. Hey, Observer, danke für zwei Schweizer Franken. Wir machen einen Song. Zap, zap. Zap, zap. Lelele. Dann ist fertig, aber ich will deine Netherite Rüstung school haben. Ja, ich mache eine Umfrage. Mach eine Umfrage. Oh, Leute, stimmt mal alle ab. Stimmt mal alle. Alle nein, bitte, Leute. Alle nein sagen, okay? Stimmt alle bei ihm ab, dass ich seine Rüstung bekommen soll. Wenn ihr ja sagt. Ja, neu. Leute, das ist Snoopy. Der hat in einer Stunde neu gefarmt. Der ist gut. Stimmt, bitte, ja, bitte. Ja, jeder sagt nein. Bitte, 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 bitte. 57. Er kriegt noch einen Song. Lelele Snoopy. Nein. 56 Prozent. Nein, 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 nein. Es ist so knapp. Bitte, bitte, Leute. Es ist so knapp. Es ist 50, 50. Nein. Soll ich Kenny meine Rüstung geben? Ja. Let's go. Ah. Woo. Bald kannst du mich nicht mehr so einfach schlagen. Dann trage ich Full Netherite. Oh. Ihr habt dafür voll lange gefarmt, Mann. Candy. Ich habe nicht schon meine Diamond Rüstung. Boah. So sehe ich bald aus, Leute. Bald wieder back at it in Full Netherite. Bro, ich bin der Läufer. Ja, okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Snoopy. Snoopy, Snoopy, Snoopy. Äh? Ich bin der Läufer. Ah. Oh, mein Bruder scheint gerade. Ähm. Wie alt ist dein Bruder? Ist er ganz jung noch? Er ist neun Monate. Mit der Minecraft? Ja, na klar. Hat er YouTube? Ja. Wie heißt dein Kanal? Bibi, Otto. Bibi, Otto. Hol dir mal bitte ans Mikro, das wäre übelst witzig. Warte. Was, er holt jetzt denn? Er holt seinen kleinen Bruder. Leute, lasst mal ein Like und ein Abo für Snoopys kleinen Bruder da. Hallo? Ja? Mein kleiner Bruder ist da. Ja? Hört man ihn? Hä, Snoopy, das bist doch du. Ey, nein, gar nicht. Na klar. Ah. Oh, oh. Ey. Ey, Snoopy. Ich bin das nicht. Ey. Ey, nix gegen meine Stimme. Okay, guck mal Alphasteins Stimme an. Ey, das Baby sagt gar nix. Baby, red doch mal. Kannst du das einfach so hochgeben? Äh, was? Das Baby. Ja, na klar. Jetzt muss man nicht voll viel beachten und so. Nein. Wieso denkst du das? Keine Ahnung. Ich hab noch nie in meinem Leben Babynaht gehabt. Oha. Ey, ey, ey. Er geht an meiner Tastatur. Lass die Minecraft spielen jetzt. Ja, komm, spiel Minecraft, okay? Spiel in eine Runde. Los, eins gegen... Ey, ey, ey. Ey. Oha. Oha. Was ist los, Baby? Oh mein Gott. Oha. Oha. Ich komm jetzt wieder. Entschuldigung. Entschuldigung. Er hört dich nicht. Er hört dich nicht. Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht, Snoopy. Oh, oh. Ich war das nicht. Alles gut, du warst das nicht. Also ich muss sagen, aber das Baby wirkte älter als du. Oh, ey, ey, ey. Es ist kein Schwert dabei. Ah. Bitte, Snoopy, es war Spaß. Snoopy, komm runter zum Aufzug. Komm runter, runter, runter. Wir fahren rüber. Stirb. Äh. Präsidentschaftswahlen, Snoopy. Ich werd der Neue. Bist du bereit? Bist du bereit für deinen großen Tag? Ja. Dann komm rein. Wir fahren jetzt zurück. 100 Diamanten Steuer pro Woche. Ist das okay? Snoopy, du weißt, wenn du Präsident bist, du kannst ja machen, was du willst, ne? Oh, stimmt. Du kannst echt machen, was du willst, wenn du Präsident bist. Okay, dann werd ich sagen, ein Steuer pro Woche. Und wir sind da. Einfach niemand ist online. Da sind wir die einzigen, die wählen. Wenn nur du dich aufstellen lässt, dann kannst auch nur du gewinnen. Oh ja, in sieben Minuten. Der Gucci-Präsident. Ladies and Gentlemen, Bewohner von Pauberger Hitz. Herzlich Willkommen zur wöchentlichen Präsidenten-Wahl-Shop. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die heutigen Kandidaten sind einmal zu meiner Linken. Reini. Oh ja. Oh ja. In der Mitte, bekannt als Bürgermeister, als Ehrenbürger, seit Tag 1 hier auf der YouTuber-Insel, hat die Welt mit aufgebaut. I Cry Man. Dankeschön, Dankeschön. Danke Leute. Und zu meiner Rechten, Snoopy. Ja. Gucci. Ja. Ey. Meine sehr verehrten Wählerinnen und Wähler, heute entscheidet ihr, wer wird die YouTuber-Insel vertreten, die Interessen von euch durchsetzen, für das Allgemeinwohl der YouTuber-Insel einstehen. So wählt mit Bedacht. King Cry Max! Dankeschön. Ich wünsche euch jetzt noch einmal in euch zu gehen, eure Stimme abzugeben. Die konnte Reini noch was sagen, oder? Lass nochmal da jetzt, wo alle da sind. Warte jetzt, wo alle da sind, lass jeder nochmal sein Wahlprogramm sagen. Ja. Gut, gut, gut. Ruhe, Ruhe hier bei den Zuschauern. Ja. Kendi. Nun stellen alle ihr Wahlprogramm vor. Ich würde darum bitten, Reini, warum sollen die YouTuber dich? Können wir bei Snoopy anfangen? Snoopy, warum sollen die YouTuber dich wählen? Ich sag dir warum. Weil erstmal, ich bin reich, ich kann euch geben, was ihr wollt. Okay, dankeschön, Snoopy. Ja. Ey, ich möchte zu Ende reden, Mann. Warum sollen die Leute dich wählen, Reini? Lügen, Intrigen und Hass. Dankeschön, Reini. Alles keine Fremdwörter in den letzten Tagen. Das ist doch schön, Talent, Mann. Warum lasst ihr Reini nicht aussprechen? Ja, und mich? Armin, lass mich aussprechen. Glaub mir. Reini, komm. Glaub mir. Ja, okay. Wenn ihr Free-Seelatern möchtet, alle über mehrere Stacks, dann wählt iCrymax. Hä? Ja, Mann. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. iCrymax. Warum sollten die Leute dich wählen? Ja, also ich hab mir natürlich auch nochmal ein Wahlprogramm direkt ready gemacht hier in meinem Buch. Das kann jeder danach noch einmal lesen. Das ist noch nicht ready. Aber fangen wir erstmal damit an. Freunde, wir alle wissen es. Über einen Monat lang bin ich hier bereits Bürgermeister und hab diese großartige Stadt mit meinen eigenen Händen mit aufgebaut. Ich glaube, wir alle können sagen, dass Paul Berger-Hilz sich zu einem wunderschönen Ort entwickelt hat. Und überlegt einfach selbst, wer die Straßennetze gebaut hat, wer die Mauer gebaut hat, wer für Sicherheit und Ordnung gesorgt hat. Und nun möchte ich mit euch gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Ich möchte Paul Berger-Hilz weiter ausbauen und mich unabhängig machen von dem Schandfleck, den sogenannten Lazy Town und den Schmutz-Candy-Inseln, werden wir uns komplett abwenden und unser eigenes Königreich machen. Ja, wenn ihr für mich wählt, noch mehr aufgebaut. Die Mauern werden größer gezogen. Mehr Sicherheit. Make Paul Berger-Hilz great again. Können wir machen, dass nur noch Einwohner, die hier leben, eine Erlaubnis kriegen hierfür? Nein, ich habe eine bessere Idee. Leute, die nicht hier wohnen, kriegen den doppelten Steuersatz. Und die Einwohner kriegen die Steuern. Wow. Geil. Feierlich. Wow, wirklich. I cry mix. I cry mix. I cry mix. Okay, okay. I cry mix. Ich will fair bleiben. Robyn Soupi, sag nochmal, warum man nicht wählen soll. Ja, also, ihr bekommt kostenlos Steuers. Wow. Yeah. Und? Zehn pro Woche. Der hat doch gar nichts. Äh, doch. Äh, doch. Das sind die Politiker, versprechen Dinge, die sie nicht einhalten. Hey, ich habe die. Zeig, wie viel du hast. Äh. Okay, nur machen wir eine Abstimmung. Wir machen eine Abstimmung. Ich habe gar nichts. Alle. Die für I cry mixen, der die Stadt prävolutionieren will, das Beste für alle Bürger haben will und seit Tag 1 ein OG ist. Komm bitte in die Mitte. Rydy. King cry mix. Rydy hat sie gerade geschrieben. Er zieht sich zurück und gibt seine Stimme Max. Das ist doch okay. King cry mix. What? King cry mix. Oh Mann. Du hast gewonnen? Und wer für Rydy ist kann nach rechts gehen. Aber Max, kalt in die Mitte. Der wer für Max, kalt in die Mitte. Yeah. Ja. Soll abgesprochen. Ja. Okay. So, wer für Snoopy ist, geht er zu Snoopy. Okay. Ja. Guti mal. Wir haben gewonnen. Okay. Abgesprochen. Rydy darf nicht abstimmen. Er hat sich aufstellen lassen. Ja, okay. Nur damit Snoopy nicht Präsident wird. Aber Amir ist der Richter. Er hat das Ganze geleitet. Ich will noch mal ganz kurz, ich will noch mal ganz kurz was sagen. Vorhin, als die anderen noch nicht da waren, war Snoopys erstes Wahlprogramm, dass jeder da bauen darf, wo er will. Was? Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Gelogen. Nein. Okay. Wenn es gelogen ist, warum habe ich das dann auf Aufnahmen? Kann es euch gleich zeigen? Was hat er denn danach gesagt? Mit Bauch. Ja. Ja. Dann ist er zurückgerudert. Also wenn ihr wollt, dass die Stadt hier bald... Ihr habt doch gesagt, dass... Oh, Max hat doch schon gewonnen. Max hat doch schon gewonnen. Rydy darf nicht. Er war doch selber oben. Amir muss wählen. Amir hat das Ganze moderiert. Er entscheidet sich Amir. Und auch manipuliert sich. Der Moderator darf doch. Ja. Ist egal. Amir entscheiden. Okay. Du warst doch vorher Moderator. Ja. Amir hat mich runtergestoßen. Ja. Amir hat das Ganze moderiert. Er hat Hilfe. Du hast Hilfe. Was laberst du? Er hat alles von Anfang an gesagt. Amir, wen wählst du? Amir, wen wählst du? Ruhe im Gerichtssaal. Ich meine Ruhe bei der Wahlschaft. Nun. Nehmen wir an, wir lassen Rydy zählen. Dann ist es ein 2 gegen 2. Oh mein Gott. Und ich finde, als unparteiische Person kann ich abstimmen. Hä? Du hast das moderiert und manipuliert. Hey, das geht doch nicht. Ja, Bro. Wir müssen jetzt eine Lösung finden. Nur weil er moderiert hat, warum darf er denn keine Meinung haben. Er ist ein Einwohner. Ja. Ey, es wohnt seit Tag 1 hier auf dieser Insel. Digga, Kenny, du bist nicht mal mehr ein Einwohner hier. Ja, okay. Du darfst eigentlich gar nicht abstimmen. Bro, ich werde dafür das Einwohner nicht ausreisen und sie nie wieder herkommen. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, ich darf nicht wählen. Dann dürfen nur die Einwohner von hier wählen. Äh, Kenny, deine Stimme zählt nicht. Und somit gibt es noch ein... Hä? Ja, ein Criber! Ja! Als Bürgermeister von Paul Berger Hills werde ich aufstellen, sofern er möchte. Stanni! Ja! Ich bin Bürgermeister! Also Steuer müssen wir auf jeden Fall zahlen. Das heißt 20 Diamanten. Okay, Leute, ich gehe mal meine Skybase weiterbauen. Ich bin hier ja nicht mehr willkommen. Und die Skybase und LazyTown gehören nicht mehr zum Hoheitsgebiet von Paul Berger Hills. Ja, Mann! Was ist das denn? Ich baue eine Woche lang eine Skybase auf, jetzt machen die die einfach kaputt. Ich auch. Die machen die kaputt, das weißt du, ne? Ja, ich... Die werden einfach hingehen, das anzünden und kaputt machen. Wir hauen ab, wir werden rausgeworfen. Wenn du was draus machst, ich werde dir auch ausziehen. Was? Voll unfair, ne? Alle sagen auch... Ja! Ich habe mich gerade mit denen noch angelegt. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Voll manipulativ, alles angeführt, alles angeführt und dann sagt Armin, yo, MBK, endlich bist du auch weg. Was geht denn? Hast du meine Mauern höher ziehen? Nein! Ich guck mir das schön an, ich werde schön zugucken. Nein! Du hast... Guck mal, der Boden, auf dem ich gerade bin. Wer hat den entdeckt? Ich. Ich habe den entdeckt und aufgebaut. Wer hat die ersten Blöcke hier gebaut? Ich schreibe jetzt auch iCrymax. Ich bin ehrlich, ne? Ich war in eurem Stream unterwegs und dachte mir, Alter, ich komme und Real Talk, ich will Candy. Aber ich hätte mich ja gar nicht aufstellen lassen. Oh. Dann hätte ich Snoopy gewählt. Ja, Snoopy Gucci-Präsident. Ich hätte einen Song gemacht. Naja, jung. Wir können eine eigene Wahl machen. Wir gehören jetzt nicht mehr hierzu. Mein Haus habe ich jetzt auch weggegeben. So. Ja, das stimmt, MBK. Ah, das könnten echt... Warte mal. Sind das die Netherite Guards? Guck mal, die fliegen jetzt alle zu Snoopys Haus. Ja, weil ich jetzt... Guck mal, wie die über sein Haus herfallen. Snoopy, komm. Wir fahren jetzt zur Skybase. Ja. Ja. Ja.